dp audiobooks präsentiert eisige nacht ein norwegen krimi geschrieben von niklas sonnenschein gelesen von jonathan springer wir wünschen viel freude beim hören kapitel 1 an jenem morgen jagte ein eisiger nordwind über die barensee in diesem teil der erde gab es fast nur wasser und himmel und dazwischen lag eine karge schneebedeckte insel eine seemöwe segelte unter den tief hängenden wolken nervös folgte sie der küstenlinie die gezeiten pressten die ersten eisschollen an das felsige ufer und das tier wusste instinktiv dass der winter unaufhaltsam auf dem vormarsch war eine scheinbar immerwährende finsternis würde diesen ort in kürze vollends verschlucken um ihn dann im frühjahr zusammen mit den ersten sonnenstrahlen wieder auszuspucken doch das war es nicht was den vogel beunruhigte die möwe verfolgte zwei winzige gestalten oben auf der steilküste die hier fast 100 meter hoch aus dem aufgepeitschten meer ragte sie sorgte sich um ihre jungen die in einer felsnische auf sie warteten die punkte standen beinahe still sie kamen nur langsam gegen den wind an zwei männer auf skiern am oberen rand der klippe dort wo der steile fels in eine flache ebene überging der hintere der beiden überragte den vorläufer um beinahe eine kopflänge er trug einen schwarzen schneeanzug und ein paar strähnen dünnes blondes haar lugten unter der mütze hervor auf dem breiten rücken trug er ein gewehr einem intelligenteren betrachter als einer seemöwe wäre aufgefallen dass insbesondere der kleinere mann mit der witterung zu kämpfen hatte zwischen den beiden lagen über 20 meter als der nachzügler stehen blieb und ein abgegriffenes blatt papier aus seiner tasche zog zitterte seine oberlippe kaum merklich er hatte den brief schon mehrmals gelesen auch jetzt stieg wieder eine tiefe niedergeschlagenheit in ihm auf er blickte dem anderen nach der sich vor ihm durch den schnee mühte seine bewegungen waren unregelmäßig immer wieder wirkte es als ob er ausrutschen und dabei das gewehr verlieren könnte das auf seiner schulter schaukelte der größere schnaubte sah erneut auf die notiz in seiner behandschuten hand dann wischte er sich über das orangefarbene plastik seiner skibrille und steckte den brief in die jackentasche die traurigkeit flaute ab und zorn ersetzte sie er hörte sein blut in den ohren rauschen so laut dass es sogar das heulen des windes übertönte plötzlich blieb der vorläufer ebenfalls stehen und drehte sich zu ihm um mit zusammengekniffenen augen sah der hintere auf die figur vor sich immer wieder verschwand der winzling hinter einem weißen vorhang aus schnee den der wind fast waagrecht über die klippen blies was ist er doch für ein armseliger kerl doch dann stellte der nachzügler erstaunt fest dass die hand des anderen auf dem kolben seiner waffe zu ruhen schien das jaulen des windes drang nun kaum noch zu ihm durch auch spürte er die schneidenden eis partikel nicht mehr die auf die unbedeckte haut um seinen mund schlugen seine augen waren nur noch zwei dünne schlitze hinter gefärbtem plastik langsam ließ er den riemen seines gewehrs nach unten gleiten legte die stütze vorsichtig an seine schulter über ihm und für den mann durch das wetter nicht auszumachen hatte der vogel bereits abgedreht nicht viel später auf dem norwegischen festland saß eine frau mittleren alters vor einem funkgerät eine grüne lampe blinkte auf plötzlich war ein abgerissenes rauschen aus dem lautsprecher zu hören dann ein knacken schließlich eine gedämpfte frauenstimme erneut ertönte ein knirschen dann wieder atmosphärisches rauschen aus dem funkgerät anita hansen die wachhabende funkerin des küstenradios nord norwegen drehte sich um und nahm ihren kopfhörer auf die station war für die überwachung des maritimen funkverkehrs und die koordinierung von rettungseinsätzen auf schiffen und bohrinseln in der region verantwortlich trotz des rauen wetters war es an diesem abend ihr erster notruf sie drückte auf einen viereckigen roten knopf und sprach langsam und deutlich in das mikrofon hier spricht das küstenradio nord norwegen station trumsö wir empfangen sie was ist ihre position und wer meldet den notfall over routiniert öffnete sie eine detaillierte karte der seegebiete für die die station zuständig war die nördliche norwegische see bestehend aus dem nordatlantik und der barendsee gebiete die immerwährend den zügelosen naturgewalten ausgesetzt waren sie wartete auf eine antwort auf dem bildschirm war auch das wetter eingeblendet eine sturmfront hatte die gesamten nordwestküste norwegens von olisin bis zum nordkap fest im griff die windgeschwindigkeiten wurden mit windstärke 11 angezeigt anita wusste dass sie es mit einem orkanartigen sturm zu tun hatten mittlerweile wurde das gesamte seegebiet in ihrem zuständigkeitsbereich wegen der wetterlage als risikogebiet eingestuft folglich waren die rettungskräfte in generelle alarmbereitschaft versetzt und die öffentlichkeit gewarnt worden anita hoffte inständig dass der notruf nicht aus diesem unheilvollen wettergebiet kam sie bis sich auf die lippe prüfte mit einem blick den empfang der funkanlage mit dem system war alles in ordnung doch aus dem lautsprecher kam weiterhin nur ein rauschen sie klopfte mit dem zeigefinger dagegen nichts anita atmete tief ein wippte den kugelschreiber zwischen zeige und ringfinger sah schließlich auf die uhr an der wand und trug in den notfallrapport auf den tisch vor sich uhrzeit und datum ein 22 uhr 12 11 oktober 2010 erneut betätigte sie den mikrofonknopf und wiederholte ihre nachricht doch auch dieses mal blieb eine reaktion aus anita nahm das telefon auf sie musste die station in buddh anrufen um zu überprüfen ob die kollegen den notruf ebenfalls erhalten hatten möglich dass sie dort mehrere hundert kilometer weiter im süden besseren empfang hatten es klingelte aber noch bevor ein operator abnehmen konnte ertönte plötzlich erneut die frauenstimme aus dem lautsprecher des funkgerätes hier spricht die wetterstation herrweg hamner auf björn öjer wir brauchen hilfe anita neigte verwundert den kopf und setzte sich den kopfhörer wieder auf sie hatte erwartet dass der notruf von einem schiff oder einer bohrinsel stammte hier küsten radio herrweg hamner wir können sie hören bitte beschreiben sie die art des notfalls over erneutes knacken und rauschen anita griff nach dem notizzettel und schrieb björn öjer wetterstation in den kasten der für die position des notrufs vorgesehen war der lautsprecher erwachte wieder zum leben ich werde angegriffen verdammt ich werde sterben wenn sie nicht schnell hilfe schicken erklang die stimme anitas augen weiteten sich hinter ihrer brille ihre finger die den kugelschreiber hielten zitterten plötzlich wetterstation herrweg hamner bitte wiederholen sie wer greift sie an over sie hatte schon viele schreckliche situationen auf see erlebt aber noch niemals solch einen funkspruch die angst in der stimme der frau war nicht zu überhören björn öjer anita hansen wusste nicht viel über die felsige insel im nordmeer nur dass es dort mehr wilde tiere als menschen gab vor ihrem geistigen auge sah sie einen eisbären der an der scheibe der wetterstation kratzte das rauschen stoppte und wurde abermals durch die erregte frauenstimme abgelöst schicken sie hilfe verdammt etwas wie ein aufschreiber zu hören dann brach die übertragung endgültig ab kapitel 2 am abend hatte der sturm über server ranger der gemeinde am nördlichsten zipfel norwegens sich vorübergehend gelegt auch hier trug er schnee mit sich der auf die dunkle eisige wildnis der finnmark herabfiel immer wieder hob der luftstrom die zusammengefrorenen eiskristalle auf nur um sie einen moment später abermals loszulassen ein windstoß änderte die bahn einer schneeflocke die von der barendsee über das land gewählt worden war so 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 so